Nachdenkseiten Die kritische Website Süddeutsche Zeitung gegen Michael Main Ein Berichterstattungsexzess Ein Kommentar von Markus Glöckner Die sogenannte Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über den Münchner Kommunikationswissenschaftler Michael Main kommt einem Abgesang auf den Journalismus gleich. Von der intellektuellen Düftigkeit ganz zu schweigen. Wo Verstand, Argumente und Analysestärke fehlen, stehen die in Anführungszeichen richtige Haltung und Empörungsgetue. Einladung an umstrittenen Professor stellt VHS-Förderverein vor Zerreißprobe. So lautet die Überschrift eines aktuellen Artikels der Süddeutschen Zeitung kurz SZ. Die SZ kann es nicht lassen. Sie kann es nicht lassen, den Journalismusforscher Michael Main anzugreifen. Wer das Archiv der SZ bemüht, findet zahlreiche Beiträge, in denen das Blatt Main zum Gegenstand seiner Aufmerksamkeit macht. Die SZ und Main, das scheint eine sehr spezielle Beziehung zu sein. Allein schon die Anzahl der Beiträge über den Professor lässt den Verdacht entstehen, dass es in ganz Bayern bisweilen wohl kein wichtigeres, größeres Thema gibt als das, was Main sagt und tut. Immer wieder richtet das Blatt seinen Fokus auf den Professor der Ludwig-Maximilians-Universität. Immer wieder ist die Redaktion verantwortlich für Beiträge, die in ihrer weltanschaulich kontaminierten Grundausrichtung nur auf eines zu setzen scheinen. Die öffentliche Zerstörung der Person Main. Die Redaktion sollte ihre Beiträge zu dem Wissenschaftler unter einer eigenen Überschrift zusammenfassen. Main muss weg. Wie das Münchner Blatt mit Main umgeht, ist aus journalistischer Sicht untragbar. Und aus menschlicher Sicht eine Sauerei. Im vergangenen Jahr war die SZ intern mit einer eigenen Tragödie konfrontiert. Die stellvertretende Chefredakteurin war Plagiatsvorwürfen ausgesetzt. Insbesondere im Internet wurde laute Kritik geübt. Kurzzeitig war die Chefredakteurin verschwunden. Über Suizid wurde spekuliert. Im Nachgang berichteten zahlreiche Medien über den Fall. Die Anschuldigungen aber auch über die Art und Weise, wie öffentlich mit den Vorwürfen umgegangen worden sei. Der Vorwurf einer Treibjagd stand schnell im Raum. Was sich die SZ hingegen in Sachen Main leistet, ist an publizistischer Asozialität nur schwer zu überbieten. Seit 2020 veröffentlichte das Blatt über zwei Dutzend Beiträge über Main. Das spuckt eine entsprechende Suche im Archiv aus. Das ist sehr viel publizistische Aufmerksamkeit von einem Blatt für einen Professor. Immer wieder geht es um Mainz angebliche, irgendwie skandalöse politische Weltsicht. Immer wieder skandalisiert das Blatt Mainz Verhalten. Wer auch nur in Ansätzen verfolgt, wie die vorherrschenden Weltsichten innerhalb des journalistischen Feldes angelagert sind, kann sich an einer Hand abzählen, was wohl Gegenstand der publizistischen Anklage sein muss. Im Grunde genommen ist es pure Zeitverschwendung darlegen zu wollen, warum Main von der Redaktion als umstritten bezeichnet wird. Warum immer wieder ein Begriff wie Verschwörungstheorie in den SZ-Beiträgen zu lesen ist oder die Formulierung Nähe zu Querdenkern auftaucht. Wer als halbwegs informierter Mediennutzer einen Zeitungsartikel mit derartigen Begriffen und Formulierungen liest, kann sich schnell denken. Da geht es wohl um einen, der sich etwas leistet, was in der heutigen Zeit von den wackeren Wächtern der Demokratie als schwere Grenzüberschreitung verstanden wird. Nämlich eine eigene Meinung zu haben. Und zwar eine eigene Meinung, die abweicht von den heiligen Wahrheiten des Medienmainstreams. In dem aktuellen Artikel in Anführungszeichen informiert die SZ ihre Leserschaft schon unter der Überschrift, dass ein Förderverein Main auftreten lasse. Empörung. Der doch wegen seiner Nähe zu Querdenkern und Verschwörungstheoretikern in der Kritik steht. Im Grunde genommen braucht man hier schon nicht mal mehr weiterzulesen. Anklage, Urteil und publizistisches Standgericht. Alles schon da. Die SZ hat in ihrem ja, wie soll man es denn nun nennen, Berichterstattungsexzess zu Main etwas wirklich Beeindruckendes vollbracht. Das muss man ihr lassen. Ich habe keinen einzigen Artikel gefunden, worin die Zeitung einen kritischen Fürsprecher Mainz zu Wort kommen lässt. Kein Experte von außerhalb, der ihn verteidigt. Keiner, der dem sogenannten journalistisch angestimmten Empörungsgejaule mal breit und in der gebotenen Grundsätzlichkeit entgegentritt. Wie kann das sein? Wo ist hier die journalistische Ausgewogenheit? Stattdessen baut die Zeitung ihre Skandalisierung auf intellektuell Entleertes auf. Was soll denn eine Nähe zu Verschwörungstheoretikern sein? Vor allem, was soll daran denn schlimm sein? Soll es etwa verboten sein, eine Nähe zu jemandem zu haben, der annimmt, dass hinter dem Vorgang A eine Verschwörung Z steckt? Wie tief kann eine Zeitung intellektuell sinken? Als sogenannte Querdenker während der schwersten Grundrechtseinschränkungen der Republik im Sinne der Demokratie ihre Stimme erhoben haben, hat die SZ einen Artikel unter der Überschrift »Mehr Diktaturwagen« veröffentlicht. Sie glauben es nicht? Im Schrifttext finden Sie an dieser Stelle eine Verlinkung zu diesem Beitrag. »Mein einerseits irgendwie ein Problem im Hinblick auf die demokratische Gesinnung zu unterstellen, aber andererseits mehr Diktatur fordern. Doppelter Standard? Die SZ sollte sich in der Causa Main schnellstens in einer Rückbesinnung auf das üben, was doch eine Qualitätszeitung ausmacht. Journalismus. Dazu gehört auch Fairness. Treibjagden hingegen gehören zum Gossenjournalismus. Eine Anmerkung der Redaktion. Unser Autor Markus Klöckner hat sich in dem von ihm herausgegebenen Buch »Umstritten«, ein journalistisches Gütesiegel, mit der Verwendung des Begriffes »Umstritten« in den Medien auseinandergesetzt. In diesem Buch befindet sich auch ein Kapitel zu Michael Mayen und der Berichterstattung der SZ. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. podcast.com acağız Vielen Dank.